Hey Leute, das ist ganz Hüam. Willkommen bei WTN Germany. Manta, Manta 2, ein emotionales Wiedersehen am Set über Jahre wurde bezüglich einer Fortsetzung der deutschen Kult-Action-Komödie Manta, Manta spekuliert. Da war die Freude natürlich groß als nach geschlagenen 31 Jahren bekannt wurde, dass es ein Mega-Comeback mit Manta, Manta 2 geben wird. Till Schweiger führt Regie und übernimmt Hauptrolle. Zudem gab man bekannt, dass Till Schweiger Regie führen wird und zugleich einmal mehr die Hauptrolle der Figur Berti spielen wird. Außerdem sind wieder mit dabei Tina Ruland als Uschi und auch Kult-Klausi wiedergespielt von Michael Kessler. Bezüglich des Blots gab man allerdings noch keine Details bekannt. Demnach bleiben nur die Angaben zur Handlung aus der vergangenen Bildmeldung. Demnach soll in Manta, Manta 2, der Fokus auf den gemeinsamen Sohn von Uschi und Berti liegen, die aber mittlerweile geschieden sind. Der Sohnemann soll als Rennfahrer in die Fußstapfen seins Vaters treten. Für viele Fans des deutschen Kultfilms wäre eine Fortsetzung sicherlich ein Grund zur Freude. Ein Kino-Start wurde zwar noch nicht offiziell genannt, aber laut der Bildmeldung sei dieser bereits für den 30. März 2023 terminiert. Hey guys, this is Gansham. Welcome to WTN Germany. If you want to more update regarding European and Germany news, then subscribe our channel and press the bell icon. And like our video and share with your friend and family. Thank you very much for watching our video. Thank you.